Als Bank in der Mainspitze-Region ist es der Volksbank Mainspitze wichtig, die Region sowie den Mittelstand weiter zu stärken. Seit Oktober 2012 bieten wir aus diesem Grund unseren Mitgliedern und Geschäftspartnern die neue VrBankCAD Plus mit Vorteilen für Mitglieder und Händler an. Heute frage ich persönlich unsere Kunden, ob sie ihre VrBankCAD Plus schon bewusst wahrgenommen haben, den Mehrwert ihrer Karte kennen und die Karte auch schon bei einem Kooperationspartner vorgezeigt, sowie den Mehrwert erhalten haben. Ich bin auf die Antworten gespannt. Ja? Ja, ich habe die Goldene Karte bekommen, weil wir Anteile der Volksbank gekauft haben, die übrigens super verzinst werden. Ja, ich habe eine Goldene Karte. Die Goldene Karte kenne ich, habe es zwar bekommen. Ja, ich kenne die Goldene Bank Karte, ich habe auch eine. Ich habe gerade die Information bekommen, was man damit alles tun kann und ich werde mich bemühen, zumindest einen Teil der Vorteile auch zu nutzen. Die Kenntnis habe ich, ich habe mir nämlich ein Formular besorgt, wo alles schön draufsteht. Ich glaube, dass man auch Rabatte in Geschäften dafür bekommt, wenn man die benutzt. Man kann auch Pizza, zum Beispiel Pizza essen gehen mit der Goldenen Karte, aber wo das genau sein soll, das weiß ich noch nicht und das will ich mal rausfinden. Besonders toll finde ich, dass es die Rabatte deutschlandweit gibt und dass ich das auf meiner App auf dem iPad finden kann. Das war's, das war's, das war's.